moin moin meine lieben leute und willkommen zurück hier auf meinem kanal zu einem weiteren video und zwar mit dragons doch mal geht es weiter wir machen jetzt noch die lindwurm quest fertig die lindwurm jagd man nicht gehen und wir hier ja da lindwurm jagdauftrag findet etwas über der löse heraus an die heimloge die chaos verrichtet wir können mit mason sprechen oder wir können auch mehr über die löser fahren wenn wir erst mal mit den bewohnern von granser um sprechen denn einige wissen was darüber so das machen wir jetzt schnack mal ein paar leuten hier wir fragen mal unten im bau nach wollte ich sagen nach bei denen bei denen nennt sich das hier im kaufmannsladen und sowas na die werden ja ein bisschen haben wahrscheinlich auch eine taverne irgendwo werden die doch ein paar informationen darüber haben ich glaube extra schnell wenn ich meine gefährten loswerden müssen neuen gefährten noch zu dritt wir finden im äquaduct ok wo ist denn der äquaduct da kann man so hingehen wo sind wir jetzt dort wir können also direkt hier direkt hier unter mason hier rumläuft wer weiß auf jeden fall was darüber noch einer auf der brücke vielleicht weiß der was wieder jemand der irgendwas wissen könnte sein ein bisschen was erfahren über die so hat er gesagt beim äquaduct könnte herum eiern aber die karte kurz da ist auch irgendwas vergleich noch mal erforschen die ersten hier im äquaduct weiter ich produkte was finden jemand darunter gehen man ja ja schön gefallen und rutschen guck mal ob hier unten jemand ist irgendwas mal da bist du da müsste aber auch irgendwie so ein bisschen was da hinten zum symbol das könnte er da drüben sein wachsen such dir nach mir mein freund Bearing guten Tidings, ich hoffe. Er ist hier, um mich in Chains zu setzen. Ha, nein. Es ist Salvation, die dich hier bringt, ja? Ich habe mich gefragt, die guten Folgen von Grand Soren über Salvation selbst zu fragen. Es scheint, dass ich mit einem Willens-Meinem bin. Ein Blick auf meine Gesichter hat, hat einen Manns-Dung gebrochen. Hade ich deinen wunderschönen Mann, hätte ich sie singen lang und laut, keine Wunderschöne. Es scheint, dass wir einen gemeinsamen Ziel haben. Vielleicht zieht ihr meine Erkundung auf. Ah, das ist großartig. Ja, zieht das mit dir. Es wird dich als Freund zu Agents der Salvation. Ich hoffe, dass du zurückkommst, um deine Erkundungen zu spüren. Jetzt mit diesem Badge. Ich glaube, Cyrus weiß was. Das ist okay. Jetzt haben wir schon zwei von den Dingen da, wo wir hin können. Zwei Abzeichen. Mal gucken. Spiel kommt, lauft nie zurück. Komm mit mir mit, mein Volk. Hoch. Geh auf, du bist nicht in Wasser. Ja, will ich ja gar nicht. Los geht's. Und jetzt? Ja, ich weiß nicht. Noch laufen. Hier ja auf jeden Fall. Ja. Gut. in rift sucht man auch jetzt ihr könnt aber den anderen sein dann gehen sie haben ja auch so wie das gucken da um die ecke Da ist auf jeden Fall einer. Ich wundere, ob es Rarities aus dem Weg gibt. Die Gatherings, die in den Katakomben in den Katakomben sind, sind hier. Du findest mich nicht da. Es ist viel zu gefährlich ein Ort, um eine Nachtsdiversion zu beraten. Ich weiß, was sie sehen. Sie haben gesagt, dass die Katakomben in den Katakomben sind. Aber wir müssen einmal unseren Typen wiederholen. Jetzt auch. Mal raus. Welche Richtung? Äh. Handwerker Viertel, das heißt, wir müssen... Oder zum... Obwohl wir so einen Versalen wiederbekommen. Dann kann man es auf dem Weg nach unten machen. Wow, Jump! Das ist cool, die landen mit einer fetten Rolle, ne? Also, das ist der Panzer. Ein Geschäft mit der Gild, Sir? Ja. Gehen wir mal kurz rein. Unsere Hauptversalen wiederfinden. Hm. Ja. 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 Ich brauche nicht mehr Follower. Alles gut. so haben wir noch einer zugenommen auch wichtig zu 14 so jetzt gehen wir mal dahin zudem wo hin sollen da müssen wir wieder müssen wir hier müssen wir hier raus wir kommen auf jeden fall raus gucken wir mal suchen und die karte kommt mal auf und versuchen da ein bisschen was zu reißen müssen aufpassen denn ich habe gar nicht jetzt meine gar nicht meine ausrüstung aufgefrischt dieser bei der nächsten quest müssen wir es machen da müssen wir hinlaufen gibt es keine na gut in reisen kann wahrscheinlich nicht schnell ein punkt wobei ein bisschen dichter gut dann müssen wir noch mal hinlaufen als nachts erwarten müssen dann sagen wir mal wo sie geht im dunkeln müssen so draußen rumzulaufen ist immer ein bisschen nervig ich war wegen den wölfen aber Warte, warte. Komm, ich darf erst mal weiter. Mal wieder langsamer gehen. Was ist das? This way to the catacombs arisen Which way? Sag mal, wo läuft denn längs? War has not been kind to this place Da längs? Ah, da läuft sie auf. Ja, das ist schwerer die, ne? Oh Huh Oh! Oh! Gut, weiter geht's Leute, kommt! wir gehen gemütlich durch dora sie scheint den weg schon zu kennen was gut für uns ist 777 in der leben hierher und zeigt mir mal was hier so abgeht ein paar flüssen wir hier durch ich werde ich halte auch ganz leute geschafft ich sehe durch die ganze lichteffekte hier ich habe eine große Laufung, ich komme da ich werde deine Hilfe Die Straße geht hier. Ich bin sicher, dass wir uns die anderen sehen können. Geh da, die Böden! Oh! Na gut, wie geht das hier ab? Schrauben die Klonen! So! Ich weiß noch nicht wo wir hin sollen. Ah! Wir sind in die andere Richtung. Ein Walking Dead! Schrauben! Wo sind deine Schrauben? Es wird mit der Leid. Keine Ahnung. Schrauben sie! Sie sind in den Köln. Du hast die Schrauben, die in die Schrauben fahren. Schrauben sie mit ihnen. Ich bin ein Phantom einflug! Ich will nicht die ganze Schrauben, die nicht an die Schrauben. Ich muss dich besuchen, die Schrauben, die Schrauben. Ich bin ein, dass wir hier nicht weist. Die Schrauben, die Schrauben, die Schrauben the Filmen. dann erhielt nur magie, das müssen die machen so, nie der bei den zombies abgestiegen, sehr gut müssen wir mal platt kriegen da, was nervt da ja kommt ihr müsst die magie, ihr müsst ein bisschen was machen aber alleine kriegt das hier nicht hin so komm jetzt, wir sind mal weiter hier, sonst shoppen wir gar nicht mehr und wir gehen in die Richtung, Leute, ihr seid dabei wir sind langsam wieder hell, Gott sei Dank noch weiter gehen mal tot und tot lassen hier rum wie hier war der, Leute, wir wollen so eine Katakombe hm gar nicht wir müssen calm one at a time we müssen die 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 Was machen die mal? Was machen die mal? Okay. Okay. Sehr gut. Oh komm. Die sind bald da. Der Morgengraut schon. Nachtsreisen auch dumm gewesen von mir. Aber nein. Ja. Jo komm, da sind die Dünnen drauf. Wacht. Sieht aus. So, komm schon. Und. Hier weg? Der Weg divergt. Der Weg divergt. Die blöde Mütze. Ich hab die netten ja auch was cooleres aufhaben. Ich werde mich jetzt auch drum bemühen beim nächsten Mal. Was ist das? Das ist ein Katakost. Geh auch noch mal rein. Ihr seid ein neues. Was ist das? Durch. Wir machen mal kurz die Lampe an bei uns. Licht haben jedenfalls, ne? Besser. Die Kript war schon seit Jahren. Bevor die Polizei kam. Was ist das? Wann kann man hier auf den Wein sammeln? Dann kann man hier auf den Wein sammeln. Guck mal auch mal. Okay, muss irgendwo ein Schalter rein. Okay, muss irgendwo ein Schalter rein. Wir können hier auch hier längst. Was ist das? Es ist ein bisschen ausrösten, jedenfalls. Es ist ein bisschen ausrüstet. Und es sind ein neues in der kommenden Generation. Er hört die rämliche rämlichen Geräusche, ne? Untertitelung von SWISS TXT Oh, dass ich das nicht? Was habt ihr gedacht? Ich bin nur mein Hilfe. Egal, das ist es nicht wahr. Ich bin nicht mehr im Team. Ich bin nicht mehr im Team. Oh oh! Das ganze Essen mit, was wir hier befinden. Wir brauchen keine. Kann man hier auch bauen? So dass wir ein... ...Zielenheil. Gift drin. Ein böser Fluch, okay. Ja, das funktioniert gleich. Wir sind verflucht. Das heißt, wir müssen Fluch irgendwie lösen. Das können wir aber machen. Wir haben ja hier ein paar Anti-Fluch-Sachen dabei, glaube ich. Regeln heil, das wir aufgesammelt haben. Wir haben das immer noch gegenseitig. Ich bin sehr dankbar. Ich hab mich wohl gelacht. Ich bin sehr dankbar. Das ist es einfach so schlimm. Ich bin sehr dankbar. Ich bin sehr dankbar. Mein Behinder hat mich nicht gelacht. Ja, das ist es so schön. so wir speichern einmal die tür auf wollte schon so spät wir machen es danach wir machen es in der nächsten folge machen diese blöde tür auf die vielen dank fürs zuschauen ich hoffe ihr seid beim nächsten weiter bei mir ist dann tschüss